Ist unser Long Trade in Gefahr? Wir sind aktuell mit der kostenlosen Telegram-Signalgruppe noch in einem Ethereum Long Trade drin. Wie es um den steht, laufen wir da gegebenenfalls sogar Gefahr in den SL zu laufen. Und welche Levels jetzt natürlich konkret für den heutigen und die kommenden Tage interessant sind, erfahrt ihr wie gewohnt in diesem Video. Und damit würde ich sagen, Servus und herzlich willkommen zum heutigen Krypto-Update von Trading on Air. Wir sehen uns wie jeden Tag heute Bitcoin und Ethereum hinsichtlich der Elliott-Wellen-Theorie an, gehen insbesondere darauf ein, was sich seit dem letzten Update-Video getan hat und was jetzt die kommenden Stunden und Tage auf jeden Fall interessant werden kann. Damit würde ich sagen, bevor wir anfangen, eines noch vorweg, ihr könnt dem Video gerne mal einen Daumen nach oben da lassen. Falls es noch nicht geschehen, auch gerne den Kanal kostenlos abonnieren. Und wenn ihr möchtet, natürlich auch gerne die Glocke aktivieren über einen Kommi, um den YouTube-Alko zu supporten, würden wir uns natürlich auch wie immer mega freuen. Gut, damit starten wir rein. Krypto-Markkommission bei den 1.1.100.000.000 USD mit 1,6% im Minus. Bitcoin hier etwas stärker abgegeben mit 2,4% im Minus. Notieren hier knapp über den 24k bei den 24.062 US-Zollern. Ethereum hier ebenso mit 2% im Minus. Notieren hier bei den 1.643 US-Zollern. Wir gehen noch ganz kurz auf die Ausreise ein. Einmal nach oben raus hier Anker mit 52%. Stacks mit 20%. Zilliqva mit 7%. Basic Attention Token mit 5,3%. Also einiges hier nach oben raus. Definitiv bei den Top-Alto-Alto-Cons. Aber auch nach unten raus gibt es einiges hier an Bewegung. Wir haben einmal Singularity Net mit 13% Oasis Network mit 9. Renner Token mit 8. Also auch hier einiges an Bewegung auch nach unten raus bei den Top-100-Alto-Cons. Ja, beim Bitcoin-Chart beginnen wir hier heute erstmal auf dem Daily-Time-Frame. Wie gewohnt eigentlich nach unten raus nach wie vor das wichtigste Level, die 23.300 US-Zoller. Letztendlich unser WIG, den wir hier mit dieser einen Daily-Candle eben gebildet haben. Sollten wir den, ganz wichtig, per Daily-Close nach unten raus verlassen. Kann es hier ordentlich auf die Rutsche gehen. Und wir sehen uns hier ganz schnell bei den 22.300 US-Zoller nach oben raus. Ebenso eigentlich nach wie vor das wichtigste Level. Unser markantes High hier in der Region von 25.200 US-Zoller. Sollten wir dieses nach oben raus per Daily-Close verlassen, können wir auch nochmal ordentlich nach oben raus pushen. Bis auf die 26.600 US-Zoller mindestens. Eher sogar Tendenz. Hier nochmal etwas höher, um unsere Ineffizienz hier eben zu schließen. Damit gehen wir auf den 4-Stunden-Time-Frame und kurz, wie immer, auf den übergeordneten Count ein. Wir gehen nach wie vor davon aus, dass wir uns in einer WXYXZ-Korrektur eben seit unserem All-Time-High bewegt haben. Sprich, hier unten diese Welle Z eben in der Region von den 16.000 US-Zoller auch hinterlegt ist. Hier hätten wir auch bereits kleineren Tranchen hinterlegt. Und jetzt hier demnach im nächsten größeren Aufwärtsimpuls eben drin sind. Hier nochmal in Gelb gekennzeichnet, sprich 1, 2, hoch in der 3, runter in der 4. Und jetzt aktuell hier noch eben in der 5. Diese kann jeden Moment gefunden sein. Aktuelle Privägerwartung ist aber, dass diese noch nicht gefunden ist, sondern dass wir tatsächlich nochmal in die 26.600 US-Zollerregion pushen. Gucken wir uns gleich nochmal auf dem kleineren Time-Frame an. Eine Option gibt es aber noch, die nochmal auf ein weiteres Lower Low eben hinzeigen würde. Und zwar, wenn wir hier seit unserer roten Y nochmal eine Flat-Korrektur ausgebildet haben. Sprich, mittels dreiteiliger A hoch, dreiteiliger B runter, eben hier überschießen, nochmal unter das Wellen-Y-Low jetzt hier eben hochgekommen sind in einem Impuls. Sprich, eine Expanding-Wave, eine Expanding-Flat eben nochmal ausgebildet hätten. Dann hier oben unsere rote X erst gefinisht hätten. Und jetzt, ganz wichtig, nochmal in Richtung Low-Low-Up verkaufen würden. Deshalb müssen wir jetzt hier ganz klar darauf schauen, wenn wir eben der Meinung sind, okay, jetzt ist unsere gelbe 5 drin, wie verkaufen wir jetzt ab? Sieht das Ganze sehr impulsiv aus, sieht das Ganze eher korrektiv aus. Und gerade, wie ist die innere Struktur, sprich auch die Verhältnisse, müssen wir dann darauf achten, ob wir dann einfach eher davon ausgehen, okay, hier handelt es sich jetzt um eine Wellen-2-Korrektur, sprich hier mittels 1 hoch, jetzt kommen wir in der 2 runter. Oder handelt es sich, wie gesagt, um unser Abverkaufsszenario, dass wir hier nochmal in Richtung Low-Low brechen. Dafür ist es aber aktuell noch zu früh, denn, wie gesagt, wir gehen aktuell noch nicht primär davon aus, dass die gelbe 5 bereits gefunden ist. Damit gehen wir auf den 15-Minuten-Timefilm und gucken uns direkt mal an, wie wir unsere gelbe 5 nochmal unterteilt hatten. Und zwar übergeordnet im roten Count, sprich mittels 1, 2 hoch in der 3. Nach wie vor auch noch in dieser 3. Diese hatten wir nochmal unterteilt in den blauen Count mittels 1, 2 hoch in der 3. Und jetzt hier eben noch aktuell in unserer blauen 4 unserer Meinung nach, um da nochmal in Richtung High-High mit der blauen 5 zu drehen. Hier gibt es jetzt aktuell mehrere Optionen bei Bitcoin. Also zwei, die einfach sehr wahrscheinlich sind, die wir auf jeden Fall mal großes Augenmerk drauf legen. Und zwar Option 1, die jetzt aktuell letztendlich noch im Chart ist, und zwar mittels A, B, C, D, E, sprich unser Triangle, wie ihr es im Chart sehen könnt. Und dann hätten wir unten jetzt hier unsere blaue 4 gefinisht. Das sieht dabei jetzt aktuell hier eher danach aus, dass wir hier nochmal in Richtung Low-Low brechen würden. Diese Option besteht aber, solange wir eben das Low-Low noch nicht rausnehmen, sprich, dass wir hier in diesem Triangle, wie ihr es im Chart sehen könnt, uns noch befinden. Option 2 ist, wir kriegen hier ein gedehntes Triangle rein, sprich mittels A hoch runtergekommen, hoch in der B, jetzt hier aktuell runter in der C, dann haben wir hier etwas weitere Retracement-Möglichkeiten, dann nochmal eine D reinbekommen, dann nochmal eine E abverkaufen, und dann hier hinten erst unsere blaue 4 finishen. Diese Option gibt es ebenso, sprich, hier die gedehnte Triangle-Version auch mal im Blick behalten. Und die letzte, eher unwahrscheinlichere Option, dass wir uns hier übergeordnet im W, X, Y eben befinden, und jetzt hier nochmal in der Y nochmal in Richtung Low-Low abverkaufen, dann würden hier die 23.200 bis 23.000 US-Zoller interessant werden, wo auch unsere Ineffizienz und das Golden Pocket eben wartet. Sollte aber dieses nach unten raus verlassen werden, müssen wir davon ausgehen, dass hier ein nachhaltiges Top eben letztendlich hinterlegt ist. Aktuell sind wir noch bei Ethereum Long, kommen wir nochmal gleich dazu, da sieht das Ganze nämlich etwas anders aus. Wie gesagt, aber hier gibt es diese, ich sage jetzt mal, drei Optionen, wobei jetzt aktuell stand jetzt unsere leichte primäre Erwartung ist, dass es sich jetzt hier eben ums gedehnte Triangle eben handelt, und wir danach nochmal in Richtung High-High drehen. Sollten wir aber, ganz wichtig, unsere 23.000 US-Zoller nach unten raus verlieren, ist hier jegliches bullisches Szenario einfach invalide, dann müssen wir davon ausgehen, dass hier ein größeres Top hinterlegt war, und wir jetzt hier aktuell schon in der korrektiven Abwärtsbewegung letztendlich sind. Hier oben könnten wir uns dann definitiv vorstellen, in einen Short-Trade einzusteigen, in der 26.600 US-Zoller Region, würden wir euch natürlich, wie ihr es gewohnt seid, in der kostenlosen Telegram-Signalgruppe up-to-date halten. So sehen hier beispielsweise die Signale aus. Wie immer muss natürlich dazu gesagt sein, das Ganze ist keine Anlageberatung, so traden wir. Ihr könnt diese Trades nachmachen, müsst das aber natürlich nicht. Kam jetzt aber auch neulich in den Trade-Logester rein, sprich, könnt ihr euch einfach gerne mal erst selbst ein Bild davon machen, wie wir hier performen, bevor ihr hier die Trades blind kopiert. Ebenso in der Videobeschreibung verlinkt ist unsere Talk-News-Gruppe. Wenn ihr den Austausch in der Community haben möchtet oder einfach mal so kleinere Trade-Ideen und Updates von unserer Seite aus eben nicht verpassen möchtet. Sprich, aktuell gibt es mehrere Optionen. Gedähtere Triangle-Version hier, leicht unser favorisiertes Szenario. Dann würden wir hier nochmal in der Region vom 0,5er, leicht unter unserem letzten markanten Low eben nochmal Support finden. In der 23.560 US-Zoller Region sollten wir dieses ebenso nach unten raus verlassen. Kann sich es hier noch in WXY gehandelt haben, würden wir euch aber natürlich in der Talk-News-Gruppe up-to-date halten. Damit gehen wir rüber in Ethereum und das Ganze hier erstmal auf dem 4-Stunden-Timefirm. Auch hier ganz kurz auf den übergeordneten Count, bevor wir dann zu unserem Trade kommen. Und zwar aktuell haben wir das Ganze wie folgt gecountet, hier übergeordnete Zeit in unserem Low eben im roten 1,2. Jetzt hier aktuell nach wie vor noch in der roten 3. Diese nochmal unterteilt hier in den gelben Count. Jetzt ab jetzt eigentlich relativ ähnlich wie zu Bitcoin hier im 1,2. Hoch in der 3, runter in der 4 und hoch jetzt aktuell in der 5. Selbe Spiel auch hier. Die 5 kann jeden Moment gefunden sein. Wir gehen aber aktuell leicht favorisiert noch nicht davon aus, dass es sich hier um die gelbe 5 gehandelt hat. Damit gehen wir auch hier auf den 15-Minuten-Timefirm und gucken uns an, wie wir die gelbe 5 nochmal unterteilt hatten. Und auch hier erstmal übergeordnet im roten Count, sprich 1,2 hoch in der 3. Und diese rote 3 eben nochmal unterteilt in den blauen Count. Hier 1,2 hoch in der 3. Und auch hier aktuell nach wie vor unserer Meinung nach noch in der blauen 4. Gucken wir uns mal an, wie wir die blaue 4 nochmal unterteilt hatten. Weil hier, ja sag ich mal, ändert sich es etwas zu Bitcoin. Hier gehen wir nicht mehr von der Triangle-Version aus, da wir eben auch hier unser Low rausgenommen haben, sondern hier gehen wir davon aus, dass wir uns hier im WXY jetzt hier nach unten bewegt haben. Das kann jetzt jeden Moment letztendlich gefunden sein. Es kann aber nochmal etwas weiter nach unten gehen. Komme ich gleich nochmal dazu. Hatten jetzt die Y nochmal unterteilt ins orange WXY, wo wir aktuell auch bereits unser 1,2,6er gehittet haben. So, jetzt gibt es hier die Option. Der Boden ist jetzt bereit gefunden. Und wir hatten jetzt hier unser 1,2 ausgebildet. Kommen wir zu hoch in der 3. Die 3 sieht jetzt noch nicht sehr impulsiv aus. Müssen wir einfach jetzt abwarten. Diese Option gibt es. Aber wie gesagt, wir können hier auch noch ganz entspannt nochmal in Richtung Low-Low brechen, denn wir haben einiges an Supported unter uns. Erstens haben wir hier unser Golden Pocket in der Region von den 1.613 bis runter auf die 1.600 US-Zoller. Wir haben hier unsere Ineffizienz. Wir haben hier unsere Support-Line. Wir haben hier unser 1-to-1-Ratio angelegt über das weiße WX. Und wir haben unser 1,6,8er letztendlich unseren Extension-Bereich über unser orangenes WX. Sprich, hier einiges an Support unter uns. Und letztendlich der SL liegt nochmal darunter. Denn das war auch die Idee hinter dem Trade, dass wir uns eben nicht nur für die Triangle-Variante abgesichert haben, sondern eben für jegliches bullisches Szenario letztendlich. Denn wenn wir hier unseren SL hitten, sprich, wenn wir hier unter unsere Support-Line auch fallen, dann ist es einfach unserer Meinung nach, oder was heißt unserer Meinung nach, dann ist es einfach jedes bullische Szenario ist dann letztendlich invalide geworden. Und dann müssen wir auch bei Ethereum davon ausgehen, dass hier oben eben bei den 1.740 US-Zoll eben ein nachhaltiges Top, wahrscheinlich unsere gelbe 5, unsere übergeordnete, bereits gefunden war und wir jetzt hier korrektiv nochmal abverkaufen. Solange wir diesen SL aber noch nicht hitten, beziehungsweise einfach noch allgemein hier unsere Levels halten, kann es nach wie vor, oder ist einfach nach wie vor unsere primäre Erwartung, dass wir danach nochmal in Richtung Higher-High drehen. Man muss auch sagen, wenn das Ganze jetzt hier bereits das Top gewesen sein soll, ist diese Abwärtsstruktur einfach extrem hässlich, was wesentlich mehr zu einer Werder 4 passen würde, als jetzt hier den ersten Abwärtsimpuls oder einfach die erste Abwärtsbewegung eben auszubilden. Deshalb hier nach unten raus die eben genannten Levels auf jeden Fall mal im Blick behalten. Sollten wir nach oben pushen, können wir uns mal ganz kurz hier letztendlich unser Trend-basiertes Firmary-Tracement mal ganz kurz reinziehen. Würde jetzt 1.680 jetzt bei den 1.673 US-Dollar reinkommen, müssen wir jetzt natürlich, wie gesagt, ordentlich nach oben raus durchdrehen. Wir haben es aber aktuell auf dem Schirm, können aber auch hier definitiv nochmal verkraften, nochmal ein weiteres Lower-Load zu sehen und in unserer Golden Pocket-In-Kombi mit dem 1-2-1-Dollar-Schirm nochmal anzutesten. Genau, und das hat es nach der Stelle auch schon gewesen sein. Sollten noch Fragen zum aktuellen Count, zu den wichtigsten Levels noch offen sein, gerne entweder in den Kommentaren oder in der Talkie-News-Gruppe uns wissen lassen. Und sonst würde ich sagen, Traylen ist raus. Wir hören uns entweder später in der Talk-Gruppe oder sonst morgen früh regulär im Update-Video wieder. Bis dahin, ciao, ciao. Bis dahin, ciao.